Mein Name ist Reinhard Heck, ich bin Theologe und habe lange als Gymnasiallehrer gearbeitet, bin jetzt im Ruhestand. Ich bin 74 Jahre alt, wohne in Kirchheim, Ortsteil Großseelheim und kandidiere als Stadtverordneter für die Partei Die Linke. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ich kandidiere mittlerweile zum dritten Mal für die Kirche einer Stadtverordnetenversammlung für die Liste der Linken. Ich habe früher schon in den 90er Jahren für die Liste der Grünen kandidiert und war auch schon Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Warum trittst du gerade für die Liste der Die Linke an? Ich bin Mitglied der Partei Die Linke seit ihrer Gründung und auch Mitglied des Vorstandes im Ortsverein Kirchheim und möchte natürlich versuchen, linke Politik hier in Kirchheim zu realisieren. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchheim besonders aus? Kirchheim ist überschaubar und die Auseinandersetzung war größtenteils recht fair. Es gab allerdings in den Jahren 2011 bis 2016 häufig Lagerkämpfe, die mir nicht so gefallen haben. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ich habe mich in den vergangenen Jahren vor allen Dingen mit der Sozialpolitik, Wohnungspolitik und auch der Verkehrspolitik beschäftigt. Vor allen Dingen geht es darum, den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken, eventuell stillgelegte Bahnstrecken wieder zu aktivieren und habe da auch mittlerweile gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit mit den Kirchheimer Sozialdemokraten. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Als Lehrer habe ich gelernt, geduldig zu sein und zuzuhören und das kommt mir hier auch zugute. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Ich möchte nicht den Satz zu oft hören, das kann man nicht ändern, sondern ich bin auch so optimistisch, auch in meinem Alter einiges zu bewegen. Ja, 49 oder Wald statt Asphalt? Die Frage lässt sich ganz klar beantworten. Ich habe mich von Anfang an entschieden für eine Verkehrswende, auch hier bei uns im Ostkreis ausgesprochen, habe auch als einziger Sprecher in der Stadtverordnetenversammlung klar Position bezogen gegen den Ausbau und Weiterbau der A49, aber auch andere Autobahnprojekte in Hessen, die ich für eine verfehlte Verkehrspolitik halte. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du gerne aktiv Wahlkampf betreiben oder hättest es und warum? Ich würde heute für Sarah Wagenknecht Wahlkampf betreiben, hoffe, dass sie sich wieder aktiviert und in die Willensbildung unserer Partei stärker einbezieht. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Ich möchte nach wie vor vertrauensvoll, wenn es möglich ist, von den Wahlergebnissen her mit der Kirche in der SPD zusammenarbeiten, denn in den vergangenen fünf Jahren ist es besser gelaufen, als ich erwartet hatte. Suche dir eine Kandidatin oder einen Kandidaten einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positiven Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Ich diskutiere gern und vertrauensvoll zum Beispiel mit Helga Sitt von den Grünen oder mit Helmut Hofmann von der SPD. Was möchtest du in Zukunft für den Abbau von Politikverdrossenheit, vor allem in der Kommunalpolitik tun? Ja, ich sehe jetzt keine allgemeine Politikverdrossenheit, aber eine Parteienverdrossenheit. Die trifft eigentlich alle Parteien, auch mittlerweile die AfD. Ich denke, wenn wir eine berechenbare Kommunalpolitik vorleben, dann werden auch junge Menschen wieder eher den Weg zu den politischen Parteien vor Ort finden. Vielen Dank. Vielen Dank.